Sie wünschen sich eine fundierte juristische Ausbildung, die Sie flexibel neben dem Beruf absolvieren können. Dann sind Sie an der Kaleidos Fachhochschule und der Zurich Law School genau richtig. Hier schließen Sie Ihr Yoga-Studium ab, das sich dank seiner hohen Flexibilität optimal an Ihre individuelle Situation anpassen lässt. Dank dem nebenberuflichen Studium können Sie weiterhin Ihrer Karriere nachgehen und behalten Ihr gewohntes Einkommen. Das Studium beinhaltet die klassischen Gebiete der Rechtswissenschaften. Um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, ist das Studium modular aufgebaut. Was heißt das für Sie? Im Unterricht wird immer nur ein Thema zur gleichen Zeit bearbeitet und abgeschlossen. Dabei wird viel Wert auf den Praxisbezug gelegt und mit konkreten Fällen gearbeitet. Die Unterrichtseinheiten finden abends oder am Wochenende statt, um die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie sicherzustellen. Die Dozenten und Dozentinnen sind praktizierende Richter und Richterinnen bzw. Anwälte und Anwältinnen sowie Forscherinnen und Forscher. Das verspricht einen stets aktuellen und praxisnahen Unterricht. Und anschließend nach dem Bachelorstudium an der Kaleidos Law School haben Sie als Absolventen und Absolventinnen die Möglichkeit, Ihr Masterstudium auf universitärer Stufe an der Zurich Law School zu starten. Nutzen Sie diese in der Schweiz einzigartige Möglichkeit und beginnen Sie noch heute in Ihre Zukunft zu investieren. Mehr Informationen finden Sie auf den Websites der Kaleidos Law School und der Zurich Law School.